Herzlich Willkommen Leute zu einer weiteren Fortnite Battle Royale Solo Runde. Wir sind heute als Female Super Hero unterwegs mit dem lautesten Kleider, der es jemals ins Spiel geschafft hat. So, mal schauen was die Landung so sagt. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal Safety Gun und sind jetzt eigentlich schon fast zufrieden. Und ja, sorry, dass ich nochmal hier jetzt gelandet bin heute. Wir sind immer noch ein bisschen auf der Suche nach ein paar guten Spots. Also wir haben schon ein paar rausgesucht, aber meiner Meinung nach ist das hier der Solo und Du-Squad, äh Spot-Squad. Im Squad selbst ist das hier, haben es auch versucht schon, ist aber trotzdem... Harder Choke zum Anfang des Matches, aber noch leicht gerettet. Könnte man sagen. Trotzdem, das war mies. Okay, heilen wir uns erstmal. Oh Gott, richtig hart vereimt. Da muss ich unbedingt dran arbeiten, muss ich sagen. Also beim ersten, der zweite war clean, weil das halt so ein bisschen wieder Mid-Range war. Da hatte ich wieder mehr Kontrolle über das Game. Im Nahkampf muss ich mir wieder ein bisschen mehr einprägen. Warte mit der Shotgun, ja. Das ist das A und O. Ob das... Boah, dass das geklappt hat, hätte ich nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob ich oben wirklich was vergessen habe. Ich wollte jetzt nicht unbedingt schon meinen ganzen Baumarts raushauen, werde jetzt aber machen müssen. Deswegen gehen wir mal so aufs Dach und gehen hier nochmal rein. Ja, kommt ein bisschen was. Immerhin, ne. 30 Stein. Mehr als ich gerade hatte. Ja, okay. 125 AP jetzt trotzdem noch raus. Das ist okay. Zwei schicke Kills zum Anfang. Okay, schick waren sie nicht. Zwei Kills zum Anfang. Der eine war clean, der andere war eher semi. Und ja, wollen wir jetzt mal schauen, wie die nächste Runde läuft im Solo. Vielen, vielen Dank übrigens für den Support der letzten. Die letzte Solo-Runde kam so unglaublich gut bei euch an. Das freut mich sehr. Und ich hoffe, dass ich euch hier noch weiter was Cooles zeigen kann. So, hier sind auch noch Filmrequisiten. Da hinten springt einer rum. Ihr habt ihn gerade gesehen vielleicht. Das ist eigentlich ganz gut. Kommst du raus? Okay, perfekt. Da hinten bauen zwei Leute. Ich behalte mal gerade noch kurz den Schlürftrang. Der ist hinter mir. Der dürfte aber auch nicht auf mich geschossen haben. So, wir sehen ihn da hinten. Er braucht ja auch noch. Vielleicht muss er sich auch eben kurz heilen. Okay. Ich habe gesehen, wie er reingegangen ist. Ich fall natürlich auch gut auf mit dem Skin. So, jetzt müssen wir ran. Wenn ich gerade noch die Chance habe, abzugraden. Können wir in einem der Häuser hier sein. Könnte er da oben auf der Treppe gestanden haben? Also nicht der Typ, der jetzt hier noch drinnen ist, sondern der Sniper. Da, dachte ich. Auf dich habe ich eigentlich gewartet. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ich gönne mir den jetzt, um die letzte Impulse mitzunehmen. Leider werde ich den Sniper nicht finden. Doch. Oh, der war so clean. Boy! Er tat ja schon beim Schießen weh, ey. Und zwar nicht nur bei dir. So. Jetzt brauchen wir mal einen gescheiten Hopp, um da hochzukommen. Hier drin habe ich hier nichts mehr zu suchen. Ja, das hat sogar richtig gut geklappt an der Stelle. Wir nehmen die Hunting noch mit. Momentan für Double Snipe. Und wenn irgendwas unten gelangt ist, dann ist es hier. Okay, gute Schüsse. Ah, schon besser. Also vom Warten her. Ah, perfekt. Du warst selber hier drin gewesen. Die 6 nehme ich. Ich weiß, das war ein bisschen Waste für den Schildrang, aber ich will momentan noch weiterspielen. Ein Dreier-Stack oder noch ein Zweier-Stack-Plus für dich behalten. Oh, das macht so Spaß. Also ich liebe Fortnite spielerisch. Ich bin bei weitem nicht irgendwie der beste Spieler oder zu einer Top-Prozentzahl gehöre ich wahrscheinlich auch nicht. Ich habe meinen ganz eigenen Spielstil und der ist auch sehr fehleranfällig. Das weiß ich. Aber ich habe trotzdem sehr, sehr viel Spaß in den Duellen. Mir fehlt fürs Endgame-Content so ein bisschen die Kontenance. Kontenance ist es nicht. Nein, ich bin zu nicht sicher genug im Endgame. Ich bin viel zu offensiv, mache viel zu viel Quatsch. Aber ich habe trotzdem sehr, sehr viel Spaß an dem Spiel. Und ich weiß nicht, ob ich das jemals nochmal ändern kann, werde oder muss. Denn solange ich ja Spaß dran habe, ist ja eigentlich alles easy. Wollte ich das trotzdem irgendwie mal so ein bisschen wissen lassen, wo für mich momentan gerade das Problem liegt. Neben den, ich sag mal, Connection-Problemen, die ich mit Fortnite die ganze Zeit habe. So, was ist da oben drin? Okay. Komm, jetzt lasst mich das Game irgendwie so schön zu Ende bringen, dass ich euch das irgendwie zeigen kann. Dass ich irgendwie am Ende trotzdem sage, ja, GG. Vielleicht nicht gewonnen, aber ein richtig gutes Match gehabt. Wir haben noch einen Krater. An dem Krater übrigens, falls ihr selber noch auf der Suche nach ein paar Loot-Spawns seid. Es können, glaube ich, bis zu drei, also drei auf jeden Fall, vielleicht bis zu vier Kisten sein. Also alleine hier. An dem Auto, in dem Truck und an dem Auto. Da hinten ist er. Ich bin natürlich super laut. Boah, habt ihr das gesehen? Und das habe ich leider öfter momentan. Ich weiß nicht, wie ich das groß fixen kann. Und ich weiß, dass die anderen Leute das nicht haben. Also von uns. Ist vielleicht richtig, oder? Wie ein Mad-Kid mit rauszunehmen. Ich, ja, trotzdem, glaube ich, fast lieber die Hunting behalten, momentan. Mit der Hunting fühle ich mich momentan ein bisschen sicherer. Gab eine Zeit, wo ich die auch gar nicht spielen konnte oder leiden konnte. Das ist, glaube ich, eher richtig. Snipen kann ich immer noch nicht. Da habe ich einen Step gehört. Boah, seht ihr das Rubberbanding, was ich momentan habe? Und das kommt nicht von Epic Games. Leider habe ich das nur in Fortnite. Schauen wir uns Lucky Landing noch mal. Boah, schade. Lucky Land. Ja, komm, da fehlt aber die Muni. Das Ding war nicht leer, oder? Zone ab eine Minute Zeit. Echt jetzt? Ich glaube, hier war ich noch nie drin. Das geht echt... Wow. Das ist hart. Okay. Mini-Schild-Ränke. Komm, hier hinter ist die Kiste noch. Werden sechs Stickys gewesen. Der große Weltenbaum. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Mats. Da wurde auf jeden Fall mal eine Waffe geswitcht. Anscheinend war hier nur ein kurzes Ding. 18 Leute noch. Geht eigentlich. Ein Lama. Sehr guter. Das Lama ist on the edge. Ich würde dafür ein Medi-Op. War der echt noch da drin geblieben? Holy shit. So lang. So lang. Ja, für einen Lama kann man auf jeden Fall einen Medi-Op fahren, oder? Okay. Okay. Leute, ich hatte schon wieder einen Lack. Ich wollte das eigentlich schon direkt abbrechen. Wow. Ich habe einen mega Hyping. Holy shit. Also anscheinend. Ich hatte die Heilung schon längst abgebunden. Und das ist so ärgerlich. Das stört mich im Stream auch immer. Lustigerweise habe ich das nur, wenn OBS... Komm schon. Boah. Das tut mir so leid, Jungs. Was ist das? 40 Sekunden for the run. An den Fields nochmal vorbei. Ach, das war ich. Lol. Hehe. Ich habe direkt am Lama vorbeigebaut. Schon mal alles geladen. Baumarts haben wir ohne Ende. Am 51er noch. Da läuft einer links. Der holt sich jetzt noch den letzten Kristall. Ich habe einen nämlich zurückgelassen, wenn ich mich nicht täusche. Da guckst du nicht in meine Richtung, oder? Interessant. Auf die Distanz höre ich hier noch nicht. Dafür, dass es so super laut ist. Das war der... Sorry, Bro. Jetzt hast du mir den anderen damit aus der Vision geprügelt. Ah, da vorne ist er. Weiß noch nicht, wohin er will. Ist das jemand, mit dem ich mich anlegen möchte? Wenn einer dieselben Probleme hat, wie ich mit Fortnite. Und weiß, woher das kommen könnte. Lass es mich gerne wissen. Ich schenke ihm jetzt da oben eine Base. Wenn der am Ende gewinnt, bin ich fast traurig. Ich habe ihm jetzt komplett den Loot geschenkt. Aber ich hatte halt einen Elfmeter gerade gehabt, ne? Oh, fuck. Warum gucken jetzt alle zu mir? Ich bin doch immer der, der gerne in die Zone rennt. Jetzt nick ich mich mal in den Wald. Ich weiß, der ist nicht drin. Aber das ist immer das geringste Problem. Ein bisschen, ja? So ist eigentlich ganz gut. Der hat verloren. Auf jeden Fall wieder ein voller Gegner, wenn ich das richtig sehe. Aber anscheinend will er es noch nicht mal. Das heißt, er hat noch Heilung. Fünf Leute noch. Vier Leute noch. Danke für das perfekte Upgrade. Ich kann es so nicht bauen, weil, hopp, so wird es gehen. Und jetzt könnte ich es so bauen. Wegen dem Baum über mir. Konntest du schlecht springen. Zone kommt. Zone kommt. Da drücke ich mich mal durch. Man muss nicht mal davon ausgehen, dass ich hier drin bin. Ich denke, dann schießt er auf mich. Elf fallen. Da oben ist er. Seine Waffe piekt durch. Vielleicht nutzt er die Chance auf einen Shot. So. Er muss gleich laufen. Ich habe sogar echt viel Zeit. Komm schon. Den willst du haben. Seine Glatze guckt gleich drüber oder ist das der Baum dahinter? Das ist der Baum dahinter. Okay. Oh, war die Runde sick, Leute. War die Runde sick. Ich würde mich selber euren Support freuen. Lasst ein Like dafür, eine geile Fortnite-Solo-Runde. Ach, macht das wieder Spaß. Jetzt muss ich nur noch den Pink-Scheiß in den Griff bekommen. Dann habe ich Redi-Boer-Fortnite. Bis dahin, Leute. Ciao. Bis dahin, Leute.